Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zur nächsten Shopping-Tour. Es ist schon wieder ein bisschen her, die erste Shopping-Tour in der neuen Location und dementsprechend haben sich auch einige tolle Hefte bei mir angesammelt. Und ich will anfangen mit einem kleinen Shoutout für Paladin von Tyr, denn der hat mir ein unglaublich tolles Heft ermöglicht zu besitzen in meiner Sammlung. Und zwar New Mutants 98, der erste Auftritt von Deadpool. Ich bin unfassbar happy, dass er mir das möglich machen konnte. Er hat super lang nach dem Heft gesucht. Ich glaube, wann hat mir das abgesprochen? Ich weiß nicht, vor vier Monaten oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ich wusste ja erst dran und so und ich bin unglaublich happy. Jetzt ist es dann hier mit der Post ankam, ich wusste ja auch nicht. Und ich habe jetzt schon die ersten schlechten Erfahrungen gemacht in dieser Wohnung mit der Post, was aber nicht an dem Briefkasten lag diesmal, sondern einfach wie die Post hier ankommt, total zerstört, ohne dass der Briefkasten irgendwie zu klein wäre oder so. Gott sei Dank ist das hier, oder er hat es in dem Paket verschickt mit noch vielen, vielen Goodies. Auch danke dafür, aber ich zeige ja immer nur die Highlights, die richtig krassen Highlights hier in der Folge. Und das bekommt auf jeden Fall seinen Platz und ich wollte es unbedingt auch als erstes zeigen in dieser Folge. Vielen, vielen Dank nochmal, Parla, und dass du mir das möglich gemacht hast. Tausend Dank. Ich habe, jetzt ist hier eine Fliege im Raum, ein unerbetener Gast hier. Oh Mann. Ich habe ja in meinem einen Stream schon gezeigt, ich habe bei einem Comic Shop bestellt, einen Comic Shop, den ich neu für mich entdeckt habe. Oh, geheime Quelle. Und ich habe da viele, viele Catwoman-Lücken geschlossen. Ah ja, okay, ich habe in dem Stream vielleicht sechs, sieben Hefte gezeigt. Weil die zwei schönsten, die wollte ich mir hier für dieses Video aufheben. Und zwar ist das ein Heft, was mich, ich glaube, sieben Euro gekostet hat. Die Nummer 89 von Catwoman Volume 2, die erste große Volume. Ihr kennt sie aus den 90ern mit Jim Ballant hauptsächlich dran. Ich weiß gar nicht, hier war er schon lange nicht mehr dran. Wahrscheinlich Carlton. Carlton sagt mir gar nichts. Ähm, ist neben dieser Officer-Down-Ausgabe eine der ganz wenigen, die mir gefehlt hat. Jetzt habe ich zumindest eine Mischung aus deutschen und englischen Heften komplett für diese Catwoman Volume. Heißt alle 92 Hefte. Ich glaube, es waren 92 Hefte. Äh, genau. Und jetzt muss ich nur noch mal gucken, was in den alten Dino-Ausgaben drin war. Moment, die habe ich ja verkauft. Oh, die habe ich ja verkauft. Vielleicht fehlen mir jetzt tatsächlich wieder ein, zwei Catwoman-Ausgaben. Aber da müsste ich jetzt noch mal gezielt gucken. Bin aber der Meinung, wenn, dann ist es nicht mal eine Handvoll Hefte, die mir fehlt. Volume 3 bin ich natürlich auch dran gewesen. Und die ist ein bisschen schwieriger voll zu bekommen. Ich habe hier ein ganz tolles Heft gekauft für nicht wenig Geld. Ich habe 19 Euro dafür bezahlt. Das ist es aber allemal wert. Es ist ein super Zustand. Die Nummer 70 aus Volume 3 von Catwoman. Adam Hughes Cover. Geiler roter Hintergrund. Toll gezeichnet. Richtig cooles Motiv. Und ist ein Amazons Attack Tie-In. Das ist eine Wonder Woman Crossover Story. Bei uns erschien DC Premium. Aber die muss man zwischen den 100% DC-Bänden lesen. Also es ist alles ein bisschen verworren. Ich hatte jetzt auch die Titans 1 bis 100 bekommen. Da ist auch ein Tie-In drin. Da müsste ich mich nochmal schlau machen, was da noch alles zugehört. Zum Beispiel dieses Titans, also Teen Titans Tie-In. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und auch hier wusste ich es erst nicht und habe es jetzt erst irgendwann gesehen. Aber ich wollte es unbedingt haben. Wird ungefähr bei etwas mehr als 30 Dollar gehandelt. Deswegen dachte ich mir auch, gut. Die 19 Euro, die kannst du jetzt mal ausgeben, wenn du dir schon so eine Bestellung gönnst. Denn diese Bestellung hatte zwar nicht so viele Hefte. Ich glaube, ich habe 15 Hefte bestellt. Aber der Preis zusammen waren, glaube ich, 130 Dollar oder so. Also ich habe mir da schon Hefte rausgesucht, die teilweise wirklich schwierig zu finden sind. Dazu gehört auch diese Mini hier. Und das ist wirklich was, das wollen wahrscheinlich nur Hardcore-Sammler haben. Die Reihe heißt Gotham Girls und jedes dieser Hefte ist mindestens 10 Dollar wert. Und das Ali-Heft, ja, schon so 18, 19, 20 irgendwie. Sie sind ein bisschen vergilbt teilweise. Man sieht sie an der Nummer 1 ganz gut, denke ich. Auch super geiles Cover. Ich mag den Stil, besonders, weil ich ja jetzt zuletzt die Batman Adventures geguckt habe. Und das hat jetzt so ein bisschen abgefärbt auf mich. Ich habe oft gesagt, ich mag diese Cartoonie-Comics nicht und sowas. Aber jetzt konnte ich mich selber nicht mehr dagegen wehren, leider. Also was heißt leider? Ich bin super glücklich damit, ne? Aber ja, jetzt kommen nach und nach immer mehr davon bei mir rein. Nummer 2 mit Poison Ivy. Nummer 3 ist dann, glaube ich, auch schon das mit Harley. Das war auch das teuerste. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt allein gekostet hat. Es sind auch so ein paar, ja, ich will das nicht Flecken nennen, auf ihren Augen unten. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, die Hefte sind ein bisschen ausgeblichen. Ich glaube, es ist trotzdem durch Sonneneinstrahlung oder so. Nichtsdestotrotz wunderschöne Hefte. Und ich glaube, im Paket haben die 50 oder so gekostet. Etwas mehr als 50. Das war dann aber auch was. Das hätte ich mir eigentlich nicht gegönnt. Aber jetzt war es da. Und ich habe sowieso tolle Hefte bestellt. Und ja, musste dann sein. Ich schätze mal, das hier ist René Montoya. Gehe ich mal von aus. Wann waren das eigentlich? 2003. Also es war so ein Übergang von diesem 2000er-Stil eigentlich hin zu einem relativ modernen Stil. Anfang der 2000er finde ich grundsätzlich Heftzeichnung ganz, ganz schrecklich. Gut, diese Adventure-Sachen und das brechen da sowieso immer ein bisschen aus. Aber 2003 ist so eine Übergangszeit. Was mir auch sehr wichtig war, ist Batman Beyond 6 von 6. Das hat, da muss ich ganz ehrlich gestehen, das hat auch den Hintergrund, das ist bei Cover Price nicht nur als Key-Ausgabe gelistet, sondern auch als Gem, also als Schatz, als Treasure. Oder als seltenes Heft einfach. Und ich glaube, es geht auch so 25 Dollar aufwärts, roundabout. Super Zustand. Batman Beyond, also wäre die komplette Serie da gewesen, hätte ich sie natürlich genommen. Aber diese ganzen Batman Beyond-Sachen, das ist jetzt von 99, die sind auch schon ein bisschen kostspieliger. Besonders auch das erste Batman Beyond-Heft, ich glaube, das ist noch eine Mini hier vor, liegt bei 400, 300, irgendwie so in dem Bereich und das ist dann schon krass. Besonders auch der deutsche Reprint, unglaublich viel Wert in den Staaten. Wenn ihr den habt, achtet mal drauf, der geht auch so in Top-Zustand, 200 Dollar, 250 Dollar, Wahnsinnspreise werden da gehandelt. Eine weitere Adaption habe ich noch, ist auch aus dem Batman Beyond-Universe, kann man das so sagen, zumindest aus der Batman Beyond-Zeit. Die Adaption von Return of the Joker. Das muss mal ein Film gewesen sein, oder? Also, wie gesagt, ich bin jetzt bei einem Animated, Batman Animated Series bin ich jetzt bei Folge 65 oder so. Und ich würde natürlich auch gerne irgendwann mal die Batman of the Future oder Batman Beyond-Folgen sehen, aber komme ich halt auch nicht ran, keine Ahnung wie. Und deswegen habe ich auch keinen Plan, ich war damals einfach zu jung. Das Ding habe ich gesehen für 15 Dollar, also 15 Euro und da musste ich dann einfach zuschlagen. Wird so ungefähr bei, in Top-Zustand, 50 bis 60 gehandelt. Das war also eine Bestellung, wo ich wirklich auch danach gegangen bin. Denn, was ist selten, was wirst du in nächster Zeit bestimmt nicht finden. Und das waren alles so öfter, wo ich dachte, ja, für die Sammlung schießt du die jetzt mal besser. Ohne da groß irgendwie drüber nachzudenken. Einfach rein in den Warenkorb und Bumm, Bestellung raus. Kam auch super schnell an, alles super. Dann, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen geerdet hier. Ebay-Käufe, günstige Ebay-Käufe, hier zum Beispiel. Ich glaube, für 2,50 Euro, Lobo. Lobo Nummer 0. Ich weiß gar nicht warum, diese Zero-Hour-Ausgabe hat mir unglaublich lang gefehlt. Ich hatte natürlich die deutsche Ausgabe, beziehungsweise habe sie immer noch. Aber ich war auch mehrmals an dieser 0 dran und ich habe sie nie bekommen. Jetzt endlich war es soweit, Lobo allgemein. Die Ausgaben, ich war auch mal an der 1 dran. Die ist mir dann auch viel zu teuer weggegangen. Hätte ich gar nicht erwartet. Ist kein Euro-Heft, was ich sonst erwartet hätte. Weil viele dieser Lobo-Hefte sind 1-Euro-Hefte. Und Komplettpakete sind mir irgendwie noch gar nicht vor die Linse geraten. Also, naja. Da werde ich wohl lange auf meinen deutschen erstmal sitzen bleiben. Ich werde jetzt natürlich gucken. Ich habe auch das Genesis-Tie-In ja letztens irgendwann bekommen, dass ich zumindest diese Events-Sachen voll bekomme. Ich habe nicht mal die deutsche Serie komplett. Und die ganzen Sonderbände und auch Panini-Veröffentlichung von Lobo. Überhaupt nicht. Ich habe die Dino-Serie bis 32 und dann wird sie lückenhaft. Also, da bin ich schlecht aufgestellt. Dann, es war auch ein schöner Ebay-Kauf auf jeden Fall. Wonder Woman, auch natürlich ganz schrecklich zusammenzubekommen. Volume 2, es ist die Hölle. So, ich muss jetzt hier mal ein bisschen sortieren vor euch. 117, das ist kurz nach dem John-Burn-Run. Ne, das ist noch der John-Burn-Run. Der ja als ziemlich schlecht im Allgemeinen Volksmund betitelt wird. Schönes Cover auf jeden Fall. Ein bisschen beschädigt unten. Macht aber nichts. Ich habe die Sachen bis zu 116, naja, nicht voll gehabt, aber 100 bis 116 habe ich voll. Davor wird es auch schon schwierig. Da, ja, muss ich mir auch mal irgendwann in der Zukunft ein bisschen Zeit für nehmen. Überhaupt erstmal zu gucken, was brauche ich. Also, natürlich will ich es voll haben, aber was fehlt mir, das ist ja eher der Punkt. Und dann machen wir einen großen Sprung zur 171. Weltenkrieg-Tie-In, ich schätze mal, das ist bei uns irgendwo in der Monster-Edition erschienen. Und die 173, das heißt, die 172 fehlt mir noch, da bin ich aber dran. Ein wunderbares Cover, habe ich tatsächlich auch eine Eagle-Moss-Figur zu, zu diesem goldenen Rüstungs-Outfit. Super cool. Übrigens gezeichnet und geschrieben von Phil Jiménez. Ich glaube, er hieß Phil mit Vornamen. Ein unglaublich talentierter Mann. So tolle Zeichnung. Und dann noch Autor gleichzeitig. Respekt. Jetzt hätte ich euch fast die 176 vor Begeisterung nicht gezeigt. So sieht das schöne Heft aus. Genau, einfach so ein paar Lückenschließer. Da bin ich jetzt tatsächlich auch ganz gut aufgestellt in diesem hinteren Bereich. Ich muss jetzt gucken. Ich glaube, das ist dieser 130, 140er-Bereich, wo ich sehr schlecht aufgestellt bin. Und halt alles, was, keine Ahnung, 3 bis 80, 75 betrifft, da bin ich auch auf noch keinem guten Weg, sage ich mal so. Da muss ich noch arg dran arbeiten. Eine sehr interessante Sache, die ich beim selben Verkäufer bekommen habe. Ihr wisst ja, oder ich habe es oft betont, ich hätte gerne diese All-Star-Western-Serie aus dem New 52 mit Jonah Hex, der dann in Gotham ankommt und so weiter und so fort. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Interesse an Jonah Hex. Und ich habe eine fünfteilige Miniserie gesehen aus DC Vertigo, die ich für 1,50 bekommen habe. Also ziemlich günstig und das war es mir dann wert, da mal reinzugucken. So sieht das Ganze aus. Ist von 95. Und hat einen ziemlich komischen Titel. Nämlich Jonah Hex, Riders of the Worm and Such. Okay, wie gesagt, 5 Teile. Wenn man da so ein bisschen reinschaut, ich kann das gerne mal mit euch machen. Komm, dann habt ihr ein Bild davon. Ich hätte das hier gerne gesehen in einem deutschen Album-Format. Sowas wie Heetke. Also steinigt mich jetzt, aber ich habe irgendwie das Empfinden, dass dieses Format den Zeichnungen irgendwie angemessen wäre. Oder, keine Ahnung, vielleicht verbinde ich auch nur die alten Heetke-Bände mit ähnlichen Zeichnungen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das passig gewesen für mich. Ich finde die Zeichnung auch cool. Auf jeden Fall. Sieht super aus. Besonders die Seiten sind immer komplett gefüllt. Das ist wunderbar. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Man hat sehr interessante Schattierungen, tolle Farbgebung. Das gefällt mir alles. Wie gesagt, 5 Hefte, 1,50. Da kann man sowieso nichts falsch machen. Jonah Hex scheint hier nicht von Interesse zu sein auf dem deutschen Markt. Da habe ich mal ein wenig Glück gehabt. Wie so oft. Nummer 3. Wenn ich hier so ein bisschen shake mit den Heften, so ein bisschen zitter, das liegt an diesem schlechten Platz. Also ich bekomme so ein bisschen Rücken mit einer längeren Aufnahme hier. Das ist jetzt das zweite Video, was ich abdrehe. Und das macht sich so ein bisschen bemerkbar. Aber ich kämpfe mich da jetzt durch und in Zukunft ist es eh noch alles verbesserungswürdig hier. Nummer 5. So. Dazu kommen jetzt noch zum Schluss. Ich habe wirklich nur die Highlights dabei heute. Zwei Hefte, die ich eigentlich schon besitze. Und ich habe mir jetzt Leseexemplare klar gemacht. Bei dem hier ist es total logisch. Warum? Weil ich habe es nur gegradet in einem Slab. Bei Facebook gesehen 6 Euro für einen Second Print Harley Quinn. Das ist der erste Auftritt in der normalen DC-Kontinuität. Klar, sie war vorher schon in den Adventures. Aber das hier ist der erste Auftritt in der normalen Zeitlinie. Natürlich Alex Ross Cover. Super geil. Geht roundabout 40 bis 50 Dollar. Habe ich einen super Schnapper gemacht. Aber das war auch verrückt. Wenn man das so nennen darf. Dieser Verkäufer hat bei Facebook unglaublich viele Sachen reingeschossen. Sehr viel Batman, Miniserien, Einzelhefte. Alles rein da. Und das war alles super überteuert. Einzelhefte für 4 bis 5 Euro. Vierteilige Miniserien für 20, 25 Euro. Total drüber. Und da hat er irgendwie auch hier so Prestige-Specials gehabt. Und so auch 30 Bilder. Alles überteuert. Und ich dachte mir, okay, komm, klickst trotzdem durch die Galerie. Und ganz hinten lauert dieses Harley Quinn. Also wäre das hier ein First Print. Denn es ist der Second Print. Das ist auch total ausreichend. Wie gesagt, es ist auch nicht in super perfektem Zustand. Es ist nur gut, okay. Aber es ist nur das Leseexemplar, das ich jetzt unbedingt brauchte. Damit, dass ich Diemannsland wieder komplett lesbar habe. Genauso verhält es sich mit The Man Who Laughs. Das habe ich dann auch gleich mitgenommen. Habe ich zwar nicht geslappt, aber in wunderbarem Zustand. Heißt es, würde ich vielleicht in Zukunft in Erwägung ziehen zum Grade. Aber hier hätte ich dann erstmal ein Leseexemplar als Ersatz. Auch hier nicht astreiner, tatloser Zustand. Aber auf jeden Fall in Ordnung. Brubaker am Joker, sehr cool. Das war's. Das waren meine ersten Highlights. Meine erste Shoppingtour in der neuen Wohnung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.